Guten Abend, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, wie wir es mittlerweile nennen. Ich freue mich, dass wir heute Abend Lilo Mangelsdorf hier haben mit ihrem neuesten Film, Monovi Nebraska, der dann ab Donnerstag auch regulär in den Kinos startet. Er hatte seine Premiere schon hier auf dem Lichter Film Festival und nun hoffen wir, dass er jetzt seinen Weg geht und hoffentlich viele, viele Leute erreicht. Zu Lilo will ich einfach noch so ein paar Worte sagen, die ich kurz vorstellen. Er hat zuerst in Frankfurt an der Goethe-Universität Pädagogik, Soziologie und Psychologie studiert und dann visuelle Kommunikation an der HFG in Offenbach bei Werner Neckes. Das wusste ich irgendwie auch noch nicht, obwohl, ja, ist eigentlich auch nicht so ungewöhnlich. Dann hast du 83, ja, weil Werner Neckes ja auch hier für uns oder für die Filmmüssen, also sehr bekannt ist und stimmt. Ich wusste, dass er in Frankfurt ist, aber so diese kleinen Details dann. Es waren die Anfänge in Offenbach mit Filmklasse, also es war noch keine Klasse in dem Sinne, aber der war halt so relativ wichtig in meinem Werdegang. Ja, du hast dann 83 Cinetix gegründet, deine Produktionsfirma und bist da aber auch Produktionsautorin, Filme machen also eigentlich alles in allem, von allem etwas und hast mit der Firma bis vor zwei, drei Jahren immer produziert. Dann hast du die Firma gekundet, ja, jetzt wird es nur noch für dich alleine, genau. Und noch kurz ein paar Filme von dir. 2001 hast du der Bebukin gedreht, Rendezvous mit Karl Einstein. Das war ein Filmsay, der sich auf den Spuren Karl Einsteins begeben hat und sowohl Szenen aus dem eigenen Leben gepaart hat oder gekoppelt hat mit dem Roman Bebukin oder die Dilettanten des Wunders. 2002 hast du dann Damen und Herren ab 65 gedreht. Das war, könnte man wahrscheinlich sagen, dein erfolgreichster Film, mit dem du wirklich sehr viel herumgekommen bist. Das geht um das Stück von Pina Bausch, Kontakthof, das sie dann nochmal neu inszeniert hat mit älteren Damen und Herren. Und Lilo hat sie bei den Dreharbeiten begleitet und dann später auch auf der Tournee. Also Tanz und auch Musik haben dich in vielen Filmen eigentlich beschäftigt. Du hast dann noch 2009, Eselhund Katze Hahn, wo es um Amateurmusiker geht, gedreht. Und der letzte Film war unterwegs in der Musik, die Komponistin Barbara Heller, jetzt 2016. Und jetzt eben Monovi Nebraska, ein bisschen anderes Thema als sonst. Aber gut, wir sind gespannt auf den Film und hinterher gibt es die Möglichkeit zur Diskussion. Also ich will jetzt auch eigentlich überhaupt nichts sagen, sondern wünsche einfach nur ein schönes Kinoerlebnis. Und anschließend stehe ich für Fragen und Kritik und alles Mögliche zur Verfügung. Man beachtet das T-Shirt schon mal als kleine Voreinstimmung. Ja, ich glaube, die erste Frage liegt wahrscheinlich sehr nah auf der Hand. Wie bist du auf die Geschichte gekommen? Also wie bist du an Elsie geraten? Ich bin auf die Geschichte gekommen, weil da war mal in der FAZ ein Artikel über diesen Ort und die Frau. Und den Artikel, den fand ich einfach, ja, der hat mich irgendwie, hat es mich fasziniert und ich habe mir das aufgehoben. Und ich habe eine Freundin, die lebt in Iowa und die habe ich dann irgendwann mal besucht. Und Iowa grenzt an Nebraska. Und dann habe ich das genutzt, um dann noch ein bisschen weiterzufahren. Also das sind schon noch ein paar Meilen. Das ist alles etwas groß in den USA. Aber jedenfalls bin ich dann da hingefahren. Und damals ist auch das Interview entstanden, was man durchgängig hört. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und dann bin ich nochmal hingefahren. Also ich war zweimal da. Sie war auch gleich einverstanden, dass du einen Film über sie machst. Ja, ja, da war sie relativ schnell einverstanden. Und dann warst du das zweite Mal, wie lange warst du dann dort vor Ort? Also das erste Mal war ich so ungefähr fünf Tage und das zweite Mal, glaube ich, nochmal zehn Tage. Also so irgendwie 14 Tage insgesamt. Genau, wie kann man sich das vorstellen? Also das ist dieser Ort, der aus einer Person besteht. Wie viele Orte drumherum gibt es, die ähnlich sind oder wo ist die nächstgrößere Stadt? Weil man sieht jetzt ja immer nur natürlich diesen einen Ort und hat aber keine so richtigen Vorstellungen, wie man so jetzt den Ort verorten kann, sozusagen auf der Landkarte. Also ich habe mir das auch angeguckt auf Google. Aber trotzdem bekommt man schwierig da so einen Eindruck, wie das da wirklich aussieht vor Ort. Ja, also eine wirklich größere Stadt ist, ja, das ist schon ziemlich weit weg. Also der Norden von Nebraska ist wirklich sehr dünn besiedelt. Und da, also ich habe gewohnt, das eine Mal in Spencer, das ist ungefähr 20 Meilen, glaube ich, entfernt gewesen. Das ist aber auch ein kleiner Ort, also da leben dann vielleicht, ja, 100 oder 200 Leute. Und der andere Ort, den sie auch erwähnt, wo sie dann in die Highschool gegangen ist, das ist Lünch. Und Lünch ist ungefähr 15 Meilen oder 12 bis 15 Meilen entfernt. Und das ist auch, also für unsere Verhältnisse ein Dorf. Also das ist, ja, Lünch hat man auch gesehen als Schild, ich weiß gar nicht mehr, 250 oder sowas. Und, ja, und drumherum leben halt dann die Farmer, die halt nicht in diesen Städten, also das nennt sich halt Town. Und, ja, also insofern leben da schon Leute, aber es ist jetzt keine, also eine größere Stadt ist, das, ja, also sie sagt ja auch irgendwie, sie, also sie musste, glaube ich, 60 Meilen fahren zu ihrer Chemotherapie. Also das war dann ein größerer Ort, wobei sie also in Lünch auch ein Krankenhaus haben. Also das ist jetzt nicht, nicht so schlecht da ausgestattet. Und es gibt auch einen kleinen Lebensmittelladen in Lünch, die so das haben, was man braucht, aber um dann was Besseres, also da muss man schon, ja, ein Stück fahren. Ja, weil man sich auch so ein bisschen fragt, wie meistert sie das? Also gut, es kommen natürlich viele vorbei und liefern ihr Sachen, man ja auch die Getränke liefern soll, aber trotzdem irgendwie das Ganze, die ganze Logistik oder so ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach dann für sie. Ja, also das meiste wird halt geliefert und ja, also ansonsten, ja. Aber die Bauern, also sie holt, glaube ich, auch von irgendwelchen Bauern, kriegt sie die Eier oder so. Also das, sowas kriegt sie dann, das gibt es dann da irgendwie auch. So ist auch die Gäste, die dann abends immer bei ihr sind, das ist dann auch eher wirklich so die Freunde aus der Umgebung. Weil ich weiß es nicht, weil es ist ja, glaube ich, schon so eine Straße, an der sie liegt. Es ist an der Straße, ja. Aber inwieweit das jetzt irgendwie eine befahrene Straße oder frequentierte Straße ist? Ja, das ist schon befahren, also das verbindet zum Beispiel Lünch und Spencer, also das ist die Straße, die am, am, im Norden von Nebrasse, also Highway Number 12. Das ist auch ein, ja, ein touristisch ein bisschen, also irgendwie haben sie so historical Marker dann, weil da irgendwelche Expeditionen in der Gegend waren, als sie das Land erobert haben. Ja, also es kommen schon auch, ja, Touristen, jetzt nicht massenhaft, aber die da so in der Gegend da entlangfahren. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt sie als Ziel gehabt hätte, aber so Nebraska mir angeschaut hätte, wäre ich wahrscheinlich auch diesen Highway Number 12 gefahren, also weil das, ja, bietet sich irgendwie an. Also da gibt es jetzt nicht so viele Straßen. Ja, gibt es direkt schon Fragen? Eine Frage, die Dame ist nicht mehr ganz jung, was passiert, wenn sie stirbt? Stirbt der Ort mit ihr? Ist es dann Monowai Null? Ja, ja, also ich, also das Stadtrecht von Monowai existiert dann erstmal weiter, ich habe sie da gefragt und wenn es dann jemanden wieder gibt, der da hinzieht, dann könnte er das auch wieder als Stadt, also dann wäre diese Person dann auch Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Also es gab auch in einem Staat nebendran, jetzt weiß ich nicht mehr genau welcher, da war auch eine Ortschaft, wo es, ja, der war dann zu, der wurde versteigert, also da war irgendwie eine Tankstelle und auch ein Haus und da war dann niemand mehr, aber den konnte man dann, und das hat irgendjemand dann auch ersteigert irgendwie. Also es gibt da so ein paar so merkwürdige Orte, wo es nur noch ein oder zwei Personen gibt, also dieses Gros gibt es ja auch nur zwei Personen, was ziemlich nah bei Monowai liegt und, ja, aber man weiß nicht, was dann passiert, also es ist unklar. Ich wollte fragen, was hat dich eigentlich stärker interessiert oder fasziniert, der Ort oder die Person? Denn filmisch gesehen bleibst du erst sehr, sehr lange am Ort und erzählst wirklich den Ort in all dem, was im Verfall, auch in der Geschichte, bevor du eigentlich erst den Bogen schlägst zu ihr und ihrer Geschichte. Ja, ich glaube, es hat mich beides fasziniert. Also zerfallene Häuser oder verfallende Häuser sind ja einfach sehr pittoresk, finde ich. Und ich fand auch, die Stimmung in dem Ort hat mich irgendwo gefangen genommen. Also es hatte auch immer, man konnte immer wieder was Neues entdecken hinter irgendwelchen Bäumen oder, also man hat es auch nicht so auf den ersten Blick alles so gesehen. Das fand ich sehr spannend. Und, ja, und die Elsie Eiler, so in ihrer Art, hat mich dann auch interessiert einfach. Und wie sie, ich finde, also, ja, wie sie das so erzählt, ja, gefiel mir halt einfach. Also was jetzt da mich mehr fasziniert, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also dieser Ort, dieser Zerfallene, den man aber noch als Ort erkennt. Ja, und mit seinen, also es gab unglaublich viel Vogelgezwitscher. Und das habe ich jetzt nicht dazu gemischt, das war ziemlich so. Und, ja, ich habe mich da ziemlich wohl gefühlt, muss ich sagen. Woher kam der Vater aus Deutschland genau? Also sie konnte den Ort mir nicht genau sagen, aber in der Nähe von Stuttgart da irgendwo. Ja, ich habe eine Frage oder Bemerkung. Es fällt ja einmal eine recht kritische Bemerkung von ihr. USA sind ein Wegwerfland. Und andererseits äußert sie auch über Deutschland also richtig ihre Achtung und Bewunderung, dass man da in der Lage ist, auch noch nach 100 Jahren dasselbe Gebäude haben stehen lassen können und es auch bewahren und vielleicht sogar pflegen können. Das hat mich ein bisschen gewundert im Kontrast zu ihrer Aussage, dass sie absolut glücklich ist und dass sie sozusagen mit allem, wie sie es da hat, zufrieden und ihren Frieden gemacht hat. Aber das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, nur das ist mir aufgefallen. Ja, also ich denke, sie fühlt sich da einfach wohl in ihrer Kneipe und unter, ja, also sie hat ja eigentlich auch eine gute Situation. Also wenn sie jetzt ja nicht diese Kneipe hätte, dann wäre sie ja wirklich alleine. Und also ihre Tochter hat ihr, also sie könnte auch bei ihrer Tochter bleiben, aber sie hat erzählt, also immer wenn sie da mal zu Besuch war, dann ist sie ganz froh, wenn sie wieder zurück ist und sie mag da gar nicht lange bleiben, sondern, ja, also irgendwie liebt sie das, wo sie da ist. Also, und ja, solange sie es machen kann, wird sie es wohl machen. Eine ganz pragmatische Frage. Das Incorporated Town-Recht würde aber nicht beinhalten, dass sie ihr eigenes Gesundheitsamt oder Brandschutzbehörde ist. Nein, wohl offensichtlich nicht, aber ich, also ich kann es jetzt auch nicht ganz genau erklären, wie das mit dieser Incorporated Town ist, also das gibt es hier nicht. Also es gibt aber auch, also es gibt Incorporated Towns und Unincorporated, das steht manchmal auch auf dem Ortsschild, und die sind dann irgendwie, ja, eingemeindet sozusagen in den nächstgrößeren Ort. Aber solange es halt noch jemanden gibt, der sozusagen, ja, diese Verwaltung macht, die ja jetzt auch nicht so wahnsinnig aufwendig ist, aber immerhin muss es irgendjemand sein, der es macht. Und solange sie das macht, hat sie dann auch dieses Recht der Bürgermeisterin und so weiter. Also, wobei, sie ist ja auch Sheriff, sie hat auch so einen Stern da am Fenster. Aber, ja, letztlich ist es dann der Sheriff vom nächsten Ort, wenn wirklich was wäre. Also, aber irgendwie sagt sie auch, es kommt, also bis jetzt ist da noch nie was vorgefallen. Ja. Ich finde es auch immer interessant, wenn sie erzählt, dass teilweise, hat man das Gefühl, sie erzählt von einer Stadt, in der noch viel mehr Leute wohnen, weil sie immer sagt, wir. Sie sagt immer wir. Genau, oder auch diese Sache mit dem Müll. Ja, das ist aber jetzt nicht mein privater Müll, sondern das ist der Müll von meinem Betrieb. Also, dass sie da auch gar nicht so, dass sie das so unterscheidet, als ob auch sie selber so mehrere Persönlichkeiten ist. Also, das fand ich auch einfach, ist mir aufgefallen und fand ich sehr interessant. Ja. Ja, ich denke, es ist auch das, also erstens ist dieses Wie auch noch so ein bisschen, dass sie das ja vorher mit ihrem Mann zusammen gemacht hat, auch wenn er schon zehn Jahre tot war. Ja, aber, ja, und dann ist es schon auch, dass so die Stammgäste, so die Freunde irgendwie da auch ihr helfen. Und, also das ist so eine Gemeinschaft irgendwo, auch wenn die jetzt nicht in dem Ort wohnen. Aber es ist dieses, dieses Wir-Gefühl irgendwie. Ja, ja, aber sie sagt, ja, sie sagt immer wie. Ja. Ja. Weitere Fragen? So. Ich habe noch eine Frage zu dem Film. Man hat ja immer diesen Ventilator gesehen und die Lüftung und das war immer dieses Hintergrundrauschen in dem Film. Ist es da wirklich so laut in der Bude oder ist es da ein besonderes Film mit der Aufstellung, was man reden und das kann? Ja. Ja. Und dann ist es so ein kleiner Raum bei dieser Lärmkulisse da. Ja, also es war Sommer und es war sehr, sehr heiß. Also es war tatsächlich so wie letzte Woche in Frankfurt so irgendwie. Also die Sommer sind sehr heiß dort und die Winter sind sehr kalt und es gab zwei alte Kühlschränke, die man da auch sieht. Es gab diesen Ventilator an der Decke und unten und in der Küche gab es auch noch Kühlschränke und die kann man nicht ausstellen. Also nicht bei der Hitze und auch nicht, wenn Frau Mangelsdorf kommt, die jetzt ja auch nicht der Hollywood-Film dreht oder der Fernsehsender, der ich weiß nicht was. Und also da musste ich einfach mit leben und insofern muss man sie halt auch sehen, damit man weiß, woher der Ton kommt. Und also das war schon auch eine Schwierigkeit beim Drehen, also jeder Tonmensch wäre wahrscheinlich verzweifelt. Und so habe ich halt damit gelebt und ja, also es ist halt ein One-Woman-Film about a One-Woman-Town mit allen Widrigkeiten, die es damit so verbunden sind. Ja, hat sie den Film schon gesehen? Hat sie den Film gesehen? Ja, also ich war 2017 im Sommer nochmal dort und habe ihn ihr gezeigt, da war noch die Musik noch nicht und, ja Untertitel brauchst du ja auch nicht, aber ansonsten war er fertig, ja. Ja, also und sie hat ihn ganz interessiert angeguckt und war zufrieden, ja. Wobei, also es interessant war, dass die zerfallenen Häuser, die waren da, das hat sie nicht so, das interessiert die irgendwie nicht, das zerfällt da halt. Und ja, aber ansonsten, sie hat ihn gesehen. Ich wollte nicht, also ich fand diesen Mikrokosmos da in der Kneipe eigentlich interessant und das andere, fand ich, hätte ich dann so ein Eindringen in ihre Privatsphäre empfunden oder ich weiß nicht, ich hätte nicht gewusst, warum ich es machen soll. Also man sieht das Haus und man sieht den Weg, den sie geht, also das Haus haben manche, ja, das kommt ziemlich am Anfang, ich weiß nicht, da ist so ein Stuhl davor, so eine Terrasse und, aber jedenfalls wird es gezeigt im Film und ich fand, ja, also, ja, ich hatte da nicht so das Bedürfnis nach. Also, weil, ja, dann wäre der Film wieder irgendwie noch anders geworden. Also ich war mit diesem, ja, dieser Kneipe da irgendwie, ja, wollte ich nicht anders. In die Kirche gehen sie rein, aber gucken sich nicht gründlich um. Da hätte ich gerne noch mehr gesehen. Was waren diese Schubladen? Das weiß ich nicht. Gerümpel oder leer, ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht reingegangen, ja, also erstens war es, war, also es, ja, also der Boden war schon auch ein bisschen morsch. Und, ja, ja, und ich glaube, ich, ich dringe da auch nicht so gerne dann da so ein, also ich, mir hat es gereicht, dich so zu sehen. Und was, also wirklich, dass ich jetzt, ja, also es wäre nicht mehr Aussage gewesen, wenn ich gewusst hätte, was drin ist, denke ich. Also, ich denke, das sind irgendwelche Papiere, wenn überhaupt was drin ist. Also, ich weiß es nicht. Ja, 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 ich denke, wir sind noch im Moment draußen, wenn dann doch noch die eine oder andere Frage kommt. Und, ja, also wenn keine Fragen kommen, dann, falls es gefallen hat, können Sie es weiterempfehlen. Es läuft nochmal im Orpheus-Erben am Freitag und am Sonntag, ja. Ja, ich kann das auch nochmal, ich habe noch so die Termine hier auf den Karten. Da kann man das, können Sie das mitnehmen und verteilen. Ich lege das hier hin. Wir legen es gleich mit raus. Ja, wir nehmen es gleich mit raus. Also, wer es nimmt, ist gut. Ja, dann vielen Dank. Applaus Vielen Dank.